Adel, menschlich, hier geht's hier hin, musikalisch. I really don't like musicals. Ganz, ganz, alles Hass. Schwer? Ein Dislike? Irgendwie Schaden. Ich werd das mal schnell wegliken, damit es auch aufhört. Ja. Oh Mann, ich mag das eigentlich nicht so nach rechts. Doch, tu es, los! Ja. Und es ist auch grad gemein, eigentlich den Dislike zu geben. Aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt hören würde. Auch da hat sicherlich irgendjemand Freude dran. Ja, muss man halt sofort den hier machen. Wen hier? Den hier. Ich weiß nicht, mein Ding ist halt irgendwie ein Kulturgut, aber trotzdem kann das aufs X. Und ich find fast alles, was es früher gab, Kacke, ne? Bei sowas, das macht mich psychisch völlig fertig. Wirklich? Beatles oder die Rolling Stones oder so, ist nichts für mich. Gar nichts, find ich richtig ätzend, sorry. Es tut mir total leid. Ist das Nickelback? Ja. Ja, würde ich jetzt nicht zu Hause anmachen. Okay, jetzt fliegt sofort auf das E-Kon. Wer hat denn den Song in seiner Playlist? Vielleicht ist es die meisten geniösen Lyrics und ich vermisse die... Ich glaube nicht. Okay. Furchtbar. Alles daran ist Schrott. Alles? Ja, wirklich alles daran ist Schrott. Ich meine, wer ist das? Das ist wahrscheinlich der größte Hit des Jahres. Nicht der größte, aber... Ich weiß auch nicht, wer Pedro Lombardi ist, warum muss man ihn kennen? Slowly to the red edge. Ja, das ist nicht horrible, aber es ist nicht... Ich liebe es. Nein, das ist nicht deine Art Musik. Nein, warum? Ich meine, ich... Ich denke, wir sind jetzt ein bisschen mehr offen-minded, wenn es zu Musik kommt. Es ist verdammt lang her. Boah, Kollege. Das geht schnell. Kollege. Unglaublich, der Unsagbare. War das nicht von Nightmare Before Christmas? Nee. Weil das irgendein krasser Anthem von irgendein Horror-Scheiß. Nee. Nee? Nee. Das ist Harry Potter. Ach, Harry Potter. Das ist doch Horror-Kram. Das habe ich doch gesagt. Andreas Gabayer, verdammt lang her für diejenigen, die es nicht erkannt haben. Das ist schon der Soundtrack zum AfD-Programm, ja. Harry Potter ist auf jeden Fall Horror. Du musst es auch wegfischen. I'm gonna be rude. You could be rude, it's okay. So the red egg? Yeah. I'm gonna hit that to the red cross right there. I really hate musicals. Nee, aber was ist das Klang gut? Nö. Dir gefällt's? Du bist der Harry Potter-Hater, ich ja nicht. Ich hasse. Das ist so krass. They make me angry. Ganz, ganz, alles hasse. Okay. Das war deutlich. Also Harry Potter kein Stich. Du mach mit, bitte. Ich mach nicht, wird ja Harry Potter gut. Ich würde deine Gegner auch mit hassen. Okay, dann hasse ich Harry Potter jetzt auch. So funktioniert Politik, Leute. musste das? Das Ding- Das Ding- Das Ding muss ich hazır. Untertitelung des ZDF, 2020